Cool, hier sind ja voll viele Graffiti überall. Heute wird bei Dein Großer Tag gesprayt. Wir erfüllen Kiels größten Traum. Rein in den Karton. Ich liebe dieses Geräusch, wenn das so zzzz und dann zzzz. Das macht einfach ultra Spaß. Hallo, ich bin Kiel und ich bin 10 Jahre alt. Ich bewerbe mich hiermit bei Dein Großer Tag. Mein Traum ist es, Graffiti richtig cool malen und zeichnen zu lernen. Hier in diesem Kulturpark werden wir Kiel überraschen. In ein paar Minuten geht's los, dann ist er da. Denn genau hier hat Kiel immer Schlagzeugunterricht. Und wir haben einen super Lockvogel, und zwar seinen Schlagzeuglehrer Jörg. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Vielen Dank. Kameras sind versteckt, Jörg ist am Start. Warten wir auf Kiel. Und da ist er auch schon. Kiel spielt schon länger Schlagzeug und steht voll auf Rockmusik. Davon, dass wir ihn mit versteckten Kameras beobachten, ahnt er natürlich nichts. Okay. Geht ganz schön ab da drin. Er hört mich nicht. Er spielt zu laut. Gleich wird er Augen machen. Hallöchen, guten Tag. Hi. Wie geht's? Gut. Hi, Kiel, ich bin Johannes. Hast du eine Idee, warum ich hier bin und die alle mitgebracht habe? Ähm, ja. Ich hab mich bei deinem großen Tag beworben. Das trifft sich hervorragend. Ich hätte einen Vorschlag für dich. Du, ich, deine ganze Familie, wir setzen uns heute ins Auto und fahren in die Nummer 1 statt, wenn es um Streetart geht in Deutschland. Wir fahren nach Berlin. Cool. Da triffst du eine wirklich der angesagtesten Graffiti-Künstlerin überhaupt. Die ist mega, mega cool. Die macht dich zum Graffiti-Künstler. Du kriegst einen eigenen Workshop, eigene Materialien und, und, und und gibst mit uns ein paar Tage richtig Gas. Cool. Machen wir das? Ja, klar. Willkommen bei deinem großen Tag. Ich freue mich. Wird super cool. Hier, wollen dir noch ein paar gratulieren. Das wird geklundelt. Haha, cool. Ja, cool, Schatz. Danke. Zu Hause bei Kiel will ich ihn ein bisschen besser kennenlernen. Die Bilder habe ich auch mal gemalt. Die habe ich in einem Kunst-Atelier gemalt. Ach, krass. Ach, wie cool ist das denn? Der bist du, oder? Ja. Krass. Wie, hast du das an die Wand gemalt? Ähm, nein, das haben Profi-Graffiti-Sprayer an die Wand gemalt. Und ich bin Harry Potter-Fan, deswegen habe ich noch. Das ist der Schnatz, oder? Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wieso ist da der Schnatz? Sie hat es nicht verstanden. Ja. Ey, sogar die Lampe ist, was? Schlagzeug. Also, ich bin Rocker, und deswegen sind das hier meine ganzen Poster. Warum bist du so groß ein Nirvana-Fan? Ähm, weil ich feiere die Musik einfach so sehr und mein Vater war schon Rocker und er hat mir ein paar Musikstücke gezeigt und dann fand ich die auch natürlich mega cool. Ich bin auch Star-Wars-Fan, ich bin auch so ein kleiner Sammler und da habe ich, wie man sieht, auch in meinem ganzen Zimmer alle wertvollen Sachen, die ich so habe. Ich bin natürlich auch Maler, also ich male gerne, das habe ich zum Beispiel heute gemalt. Ähm, das fand ich natürlich ganz cool, weil ich wollte mal was mit einem Astronauten malen. Ich male schon gerne seit dem Kindergarten, meine Oma, die war Künstlerin, und ich glaube, daher kommt es. Und Graffiti finde ich halt selber cool, das ist mein eigener Stil, und ich glaube, daher kommt das. Und warum hast du jetzt gerade so richtig Lust auf Graffiti? Weil ich feiere das einfach, wenn da so auch einzelne Punkte drumherum sind, so. Und wenn es einfach echt aussieht, auch nicht so richtig so sauber, sondern auch mal so ein bisschen so schmutzig irgendwie, so. Also, das mag ich einfach. Ich würde dir gerne mal die Künstlerin vorstellen, die du die nächsten Tage triffst. Das ist Jasmin, ihr Künstlernamen ist Hera. Ich habe dir mal ein paar Bilder rausgesucht. Das hat die gemalt. Krass. Das macht sie alles mit Graffiti. Hera ist ein Star der Graffiti-Szene, und zwar international. An vielen Plätzen auf der ganzen Welt sind ihre Werke zu sehen. Ihre haushohen Figuren und Geschichten fallen einfach krass auf. Okay, wir sehen uns in Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Nicht mal 24 Stunden später sind wir in der Hauptstadt angekommen. Jasmin lebt seit ein paar Jahren in Berlin und hat natürlich auch hier schon einige Wände bemalt. Kiel, ich muss dir jemanden vorstellen. Jasmin A.K. Herrera. Hallo, Jasmin. Darf ich dir nochmal? Klar. Guten Tag. Hi. Na? Mensch, Jasmin, wir sind hier wirklich an Originalteilen der Berliner Mauer. Und hier können wir super viel lernen über Graffiti. Und du gibst uns eine kleine Führung, oder? Komm mal mit. Wir laufen hier. Mal am besten mit ein paar guten Beispielen vorbei. Das sind typische Graffiti. Die Sprayer hinterlassen ihre Namen, um in der Szene wiedererkannt und berühmt zu werden. Was diese Gebilde sind, weißt du ja aber eigentlich, ne? Also, dass das Buchstaben sind, ne? Ja, das ist schon klar. Genau. Und die Buchstaben nennt man Letters. Das ist das englische Wort. Die Kultur des Graffitis kommt aus New York. Also das hier ist eben ein Style. Und das ist auch ganz interessant. Da sind so ein paar Elemente eingebaut. So wie die Hand und die Tropfen. Das sind halt Figuren, ja? Okay. Aber ich zeig dir nochmal, was ein Tag ist, okay? Wir können mal zu diesem rotsilbernen gehen. Kannst du das entziffern? Meinst du die Buchstaben? Ja. N-O-R. Meinst du, das ist ein O? Ja, kann sein. Ja, stimmt. Du hast völlig recht. Das ist der Style, der N-O-R-Style. Und das hier ist das Tag. Das ist quasi wie die Unterschrift. Und das wird nur mit einer Dose gemacht. Oder mit einem Marker. Wenn sowas an die Wand gesprüht wird. Ja. Und dann liest du den Tag. Dann weiß man ja im Grunde, wer es gemalt hat. Oder wer es gesprüht hat. Ja. Okay. Aber das weiß man nur untereinander. Genau. Das ist eben wie eine Geheimsprache. Weil es gibt ja eben Geheimnamen quasi. Ich heiße in dieser Graffiti-Welt Hera. Und braucht Kiel denn auch einen Künstlernamen? Oder kann er unter Kiel aktiv sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, Kiel, dein Name ist so schön. Ich würde fast sagen, der klingt schon wie ein Künstlername. Was sagst du denn, Kiel, zu diesen ganzen Graffitis hier? Was ist denn dein erster Eindruck? Also ich finde die schon mega cool. Ich war halt auch noch nie in der Berliner Mauer und so. Manche finde ich halt nicht so schön, weil da wurde halt auch ziemlich viel schon draufgesprüht. Aber manche finde ich richtig cool, weil ich liebe einfach manche Muster und auch in 3D. Das finde ich mega cool. Zum Beispiel, zeig uns doch mal eins, was dir richtig gut gefällt und warum. Zum Beispiel das da, wo dieser Mensch ist mit diesen Haaren. Das finde ich mega cool. Das finde ich auch mega, weil hier sind so ganz viele Farben und irgendwie so vollgesprayt. Ja, und dieser Effekt, so wie so ein Glanzeffekt. Das finde ich auch gut. Boah, das ist ja cool. Das ist cool. Guck dir mal ganz genau an, wie es gemacht ist. Das ist ein Aufkleber. Aber das ist Street Art, oder? Aber das hier ist süß, das ist Street Art übrigens. Viele Künstler haben sich hier verewigt, aber warum sprühen manche einfach über die Bilder von anderen? Warum machen Leute das einfach so mitten ins Bild? Weil das war ja früher mal ein richtig cooles Bild, aber so sieht es ja relativ scheiße aus. Und da oben fehlen ja auch Buchstaben, die übersprüht wurden. Das Wichtigste beim Malen ist, dass du den Moment genießt, in dem du das machst, mit deinen Freunden zusammen oder auch alleine, dass du einfach gerade voll Spaß dran hast, dich auszudrücken. Und dieses Gefühl nimmst du mit nach Hause und das gehört dir. Und das kann keiner übermalen. Wer Graffiti sprayt, macht also Kunst, die nicht ewig zu sehen ist. Wir schauen jetzt noch auf die andere Seite der Mauer. Hier haben viele bekannte Künstler ihre Werke gemalt. Schau mal, das ist alles nicht mit Sprühdose gemacht. Und man nennt das jetzt auch nicht Graffiti. Das ist trotzdem Kunst. Da geht es um soziale Aussagen oder politische Aussagen, eben nicht ums Namen schreiben. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti. Die Reste der Berliner Mauer und viele andere Flächen sind offiziell für Street Art und Graffiti freigegeben. Wer sich als Künstler einen Namen gemacht hat, darf hier malen. Ganz anders ist das bei illegalen Graffiti. Wer irgendwo an Wände oder U-Bahnen sprüht, macht sich strafbar. Dafür gibt es hohe Bußgelder und auch die Beseitigung ist richtig teuer. So, wir sind jetzt mitten in Berlin-Kreuzberg. Und das Coole ist, hier ist wirklich ein Wahnsinnsbild von Jasmin. Wir verraten aber nicht, wo es ist. Du musst ein bisschen gucken. Okay. Siehst du es? Oh mein Gott, das ist ja voll krass. Direkt gefunden. Ja, da waren wir cool. Mein Gott. Das Bild heißt My Home. Seine Botschaft, auch wenn mein Zuhause bescheiden ist, können wir es trotzdem miteinander teilen. Das ist Tag, da steht jetzt nicht nur Hera, sondern Herakut. Das ist halt das Tag von dem Duo, in dem ich mit Akut gemalt habe. Jasmin liebt es, großflächige Graffiti zu malen. Dieses hier geht über drei Stockwerke, ist also mehr als zehn Meter hoch. Aber es ist natürlich auch mega, wenn es so hoch ist, dann kann da natürlich auch niemand was kaputt machen oder dran. Ja, da hast du das. Auf jeden Fall. Und du siehst, da sind ja auch ein paar Fenster auch mit eingearbeitet. Ja. Das ist dann ganz lustig, wenn man so am Malen ist. Ja. Und plötzlich geht das Fenster auf und da kommt jemand raus. Das sieht so krass aus. Ich bin totaler Fan von diesem Gesicht. Ja, das ist... Mega ausdrucksstark. Das sieht auch richtig echt aus. Die Augen und alles, der Mund. Das musst du dir wirklich mal merken. Wenn man schon Gesichter malen kann, dann achte drauf, dass die den Betrachter auch angucken. Dann hast du einfach noch mehr Chancen, den Betrachter zu erreichen. Okay. Und wenn ich so Sachen entwerfe, da benutze ich ganz viele Symbole, die mit der Stadt zu tun haben oder mit dem, was ich aussagen will. Und das Kind hat ja einen Pullover an. Kannst du erkennen, was das sein soll? Ein Bär? Genau. Weißt du, kannst du dir vorstellen, warum ich das, äh, den Bär nehme? Ja, wegen Berlin, da gibt es ja ganz viele Bären. Genau, der Berliner Bär. Oh, nicht schlecht. Ja, sehr gut. Der ist super informiert. Jasmin zeigt uns noch mehr riesige Werke von anderen Künstlern. Kiel ist begeistert. Wie cool muss das wohl sein, so ein selbstgespraytes Bild mitten in der Stadt, sichtbar für viele tausend Menschen? Kiel ahnt noch nicht, dass wir ihm diesen Traum erfüllen werden. Aber erstmal gibt es von Jasmin ein Skizzenbuch. Cool. Das nennen wir Sprayer Black Book. Danke. Ja, klar. Das hat auch schönes dickes Papier. Da kannst du nämlich dann auch mit Markern, da kannst du sogar reinsprühen. Das Schöne ist, dass man, wenn man sich dann mit anderen Malern auch trifft, dann tauscht man auch die Skizzenbücher aus. Und dann kommt es nicht selten vor, dass man dann gegenseitig auch Sachen reinmalt. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich finde ja deinen Namen so schön. Und ich würde ja total gerne diesen Namen von dir so groß geschrieben sehen, wie wir es hinter uns sehen. Wirklich? Hättest du da Bock drauf? Na klar. Wie cool. Jeder Graffiti-Künstler hat seine eigene Schrift. Jasmin hat befreundete Sprayer aus der ganzen Welt gebeten, Kiel einfach Vorschläge zu machen. Das ist so eine Inspiration. Das finde ich schon mal echt cool. Und dann hat das hier einen Künstler namens Cheops gemacht und der kommt aus Mexico City. Und der hat es extra für dich heute Morgen noch geschickt. Ja, irgendwie cool. Ach, guck mal hier. Mit diesem schönen... Ich glaube, ich werde eine Mischung aus dem und diesem K machen. Ja, ich finde das K auch gut. Kiel legt sofort los. Ah, cool. Du verschiebst die so ineinander. Ja. Ja, das finde ich gut. Sehr gut. Das ist total cool. Er holt sich Inspirationen, baut aber seine eigenen Ideen mit ein. Das ist... Das macht Kreativität aus. Ganz viel sammeln und dann einfach gucken, was sich mischt im Kopf. Den Rest müsst ihr euch überlegen. Was ist dein Lieblingstier? Ähm, Fisch. Das ist halt auch meine Sternzeichen. Fisch. Also wir könnten einen schlagzeugspielenden Fisch noch einbauen. Das wäre ja nicht schlecht. Vielleicht hat der dann noch so ein Nirvana-T-Shirt an. Oh mein Gott, wie cool wäre das denn? Also der Fisch spielt Schlagzeug im Nirvana-T-Shirt. Ja, klar. Okay, das ist jetzt die... Wie heißt die? R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R. Den rockenden Fisch übernimmt Yasmine. Der hat wahrscheinlich blaue Augen. Das ist wieder Kiel. Das macht richtig Spaß, gemeinsam Ideen für Kiels Bild zu sammeln. Man könnte aus Gekler für Mama, Papa und deinen kleinen Bruder so drei Seepferdchen hinmalen. Oder drei Seesterne. Ja, das ist auch cool. Dass die unten links einfach so rumchillen. So auf dem Sand. Genau. Ja, genau. Ich sehe es schon bildlich vor mir. Ach so, wir können uns noch mal kurz Gedanken machen, in welchen Farben das alles gemacht werden muss. Vielleicht nicht schlecht. Also das hier irgendwie so Aquamäßig, so blau-grün irgendwie so? Schreib das mal bitte dazu. Wie so eine Einkaufsliste. Alles, was warme Farben hat, also gelb, orange, rot, das sieht immer aus, als wäre es sehr viel näher dran. Das erregt mehr Aufmerksamkeit noch. Das heißt, wenn du die Sterne in warmen Tönen machst, ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und dann vielleicht auch hier noch so ein bisschen Rottöne rein. Hier? Ja. Doch irgendwie so. Also rot-orange, gelb, aber hauptsächlich blau. Okay. Hier kriegen wir alles, was wir für Kiels Werk brauchen. Wir sind in einem der angesagtesten Shops der Berliner Graffiti-Szene. Also, dann lass uns doch mal nach Dosen schauen. Hier sind ein paar verschiedene Marken, aber ich sehe auch schon, das sind eigentlich die Farben, über die wir gesprochen haben, oder? Ja. Grüntöne für die Algen. Bisschen Blautöne. Ich habe aber auch überlegt, ich glaube, es macht Sinn, den Hintergrund schön dunkel zu streichen. Das ist eine gute Idee. Die Tyroskop-Stange-Rolle kann auch manchmal ein bisschen wehtun, wenn man nur sprüht, wenn man vor allen Dingen zum ersten Mal so richtig sprüht. Hast du eine Ahnung, wie viele Dosen wir brauchen? Nein. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel, was man mit einer Dose einsparen kann. Nimm lieber mehr. Ja. Hau rein. Irgendwie dieses Grünen. Wir nehmen von jedem Grünton ein. Komm alle Grüntöne. Okay. Rein in den Karton. Die packen wir mal noch ein. Aber die dunkle Grünen bitte auch nochmal. Die ist doch gut. Und dann habe ich noch was entdeckt. Schau mal. Eine superschöne Schwarz. In der Größe. Wir brauchen viel Schwarz. Die ist ja richtig dick. Sehr gut. Auch wichtig, die richtigen Sprühkappen. Hier sind ja schon Caps drauf. Die nennt man Standard Caps, wenn die da so aus der Fabrik ankommen. Ich zeig dir jetzt mal dieses. Und wir schauen uns das im Vergleich zu dem hier an. Und da guckt man auf die Unterseite. Und schau mal, das Ding ist komplett geschlossen hier. Siehst du das? Ja. Und das hier ist offen. Das bedeutet, wenn man diese Teile auf einer Dose hat, kommt bei dem Offenen natürlich, wenn man drauf drückt, viel mehr Gas raus und viel mehr Farbe. Also die nennt man Skinny Caps, weil man damit ganz kleine, dünne Linien macht. Und die nennt man Astro Caps, weil da macht man ganz riesengroße Linien mit. Dazwischen gibt es noch Fett Caps und dann gibt es noch so verrückte Sachen wie die da. Und die nennt man Rüssel Caps. Mir sah aus, als hätten sie einen Rüssel dran. Damit hat Kiel alles, was er braucht. Fast. Es gibt noch eine Überraschung. Und zwar haben wir eben mit dem Chef des Graffiti-Ladens gequatscht. Der ist ein bisschen kamerascheu. Ja. Aber er hat gesagt, du bist der Künstlernachwuchs und du brauchst noch das richtige Outfit. T-Shirt 1 für dich. Oh, wie cool. Darf ich dir das mal anhalten? Ja, sieht wunderbar aus. T-Shirt 2. Ja, falls du ein bisschen ins Schwitzen kommst. Und wir haben ihm erzählt, dass in deinem Zimmer schon ganz viele Nirvana-Sachen hängen. Und er sagt, da muss ein bisschen mehr Graffiti rein, deswegen gibt es noch hier Poster. Cool. Tada. Bist du perfekt ausgerüstet für morgen, oder nicht? Wir haben jetzt die Farben. Ja. Wir haben das Outfit. Ja. Du hast gebrainstormt heute. Du warst wahnsinnig kreativ. Jetzt muss das natürlich noch an die Wand morgen. Und Jasmin hat sich einen super Platz dafür ausgesucht. Einer der, kann man so sagen, oder berühmtesten Plätze in Berlin. Ja, und vor allen Dingen auch der höchste. Der höchste? Auf dem Teufelsberg. Cool. Die verlassenen Gebäude auf dem Teufelsberg in Berlin sind eine der größten Street-Art-Galerien der ganzen Welt. Wer hier sprayen darf, gehört definitiv zur Szene mit dazu. Cool. Hier sind ja vorher viele Graffiti überall. Das war früher so eine Geheimdienst-Abhörstation. Okay. Und heute ist das halt ein Ort für Street-Art. Optimal. Das Skizzenbuch ist am Start. Und jetzt müssen wir da hoch. Ist ja schon ziemlich hoch. Die Farben sind ja einfach richtig cool. Aber schau dir mal die Bilder hier an, die hier so sind. Die sind schon cool, weil man ja auch einfach da durchstehen kann. Auf so großen Flächen zu sprayen ist echt eine Herausforderung. Für Kiel eine Challenge. Jasmin hat schon alles vorbereitet. Hallo. Hi. Na? Das ist die Wand. Cool. Ich leg mal meine Sachen hier hinten. Ja, mach's dir mal gemütlich. Ich seh schon, du hast das perfekte Shirt an. Aber weißt du, was ganz lustig ist? Es regnet ja jetzt so doll, ne? Aber ich hab dann einfach mal den Eimer rausgestellt und hab Regenwasser mit hier reingenommen. Das heißt, die Wand ist mit Farbe und Regenwasser gestrichen. Okay. Aus allem kann man was machen. Jede Situation kann man irgendwie gut nutzen. Vielleicht kannst du gerade den letzten kleinen Rest noch fertig streichen, der hier unten zu machen ist. Dann hau rein. Es geht direkt los hier. Es ist nicht lang rumgelabert. Es geht direkt los. Nicht gut. Ey. Fertig? Ja. Super. Dann können wir uns ja gleich mal dein Skizzenbuch ansehen. Hier. Ah, ja, ja. Super. Ich fände es schon schön, wenn die Schrift wirklich bis oben anstößt. Eigentlich ist es fast wie so ein Aquarium. Ja. So hab ich mir das auch so leicht vorgestellt. Wie gestern so auch mit so einem Blumberblasen. Genau. Dann machen wir den Tisch hier hin und die Seesterne hier. So wie auf ein Konzert. Ich habe ein paar mehr Dosen mitgebracht. Ich habe ein paar mehr Dosen mitgebracht. Ja, das sehe ich. Schau doch mal bitte, ob du einen Skinny Cap findest. Weißt du noch, was das war? Ähm. Das war das, was ganz fein sprüht. Ja. Und was fast zu ist. Ja. Na dann legen wir mal los. Gib dir die Dose. Hier ist ein Buchstabe. K. J. E. L. L. So groß. Okay. Willst du erstmal den Buchstaben, äh, diesen Strich machen oder den nach unten? Ich glaube den nach unten so. Ja, dann mach den nach unten. Genau. Weißt du, wie man den noch besser machen kann, indem du noch näher rangehst? Noch näher so? Ja. Ja. Ach, wie cool. Ja. Und weißt du, wie man den noch besser macht? Wenn du noch mehr rangehst. Noch näher. Und vor allen Dingen, wenn du die Dose immer so hältst. Nicht so, weil dann verändert sich, dann verschiebt sich das Gas. Also wenn du die immer gerade hältst, ich zeig dir mal kurz, wenn ich jetzt mal den mache, ja? Ja. Ich bin fast an der Wand entlang gekratzt. So nah weit dran. Okay. Näher ran. Näher ran. Ja, näher ran. Perfekt. Dann geht der Nächste hier runter. Super, super süß. Oh, ayayay. Merkst du es? Ja. Es läuft schon flockiger. An das Malen in solchen Dimensionen muss man sich erst gewöhnen. Das Gute, wenn mal was daneben geht, kein Problem, einfach mit der blauen Grundfarbe drüber malen. Und dann nehmen wir am besten so einen Cap, von denen die rosa waren, die heißen Fett-Caps. Ja, da war einer. Da war einer. Ja. Am besten entscheidest du dich auch so ein bisschen wie so ein Roboter zu arbeiten. Und zwar wirklich so. Okay. Auf die Weise oder auch so. Auf die Weise sprühst du nicht tausendmal über das Gleiche. Ja. Verschwendest keine Farbe. Und es läuft ja auch irgendwann, wenn viele Schichten drauf sind. Schön nah ran gehen, nah ran gehen. Noch mehr? Ja. Ja, du bist so ein Roboter. Wunderbar. Und wie läuft's? Das macht einfach ultra Spaß. Am Anfang war es ziemlich schwierig, diese Linien zu machen. Aber das macht so hart Spaß, da muss man einfach nur ausfüllen und das ist mega cool. Darf ich einen Strich bei deinem Kunstwerk machen? Ja. Wo darf ich einen Strich machen? Und dann kann ich immer sagen, ich habe da mitgemacht, obwohl ich nur einen Strich gemacht habe. Fertig. Cool. Das war jetzt Mittelgut. Aber ich habe mich mit verewigt. Dauert das eigentlich, dauert das noch lange, bis das alles fertig ist? Hast du eine Ahnung? Also das Ausfüllen nicht, aber man muss halt noch die ganzen Details machen und so die Algen und so. Und das dauert dann schon eher lange. Ich habe das Gefühl, du bist voll in deinem Element. Ja. Das macht dir voll Bock. Das macht doch Spaß. Du bist doch total konzentriert und so. Ich liebe dieses Geräusch, wenn das so und dann sprüht mir alles. Ja, dann hol dir mehr von dem Geräusch. Wir labern nicht mehr. Es macht nur noch. Okay. Damit es ein bisschen schneller geht, hilft Jasmin beim Füllen der Buchstaben mit. Sprayer arbeiten oft im Team. Jetzt werden wir nebeln. Das nennt man ja Fading. Shakest du das mal bitte ordentlich. Und da kommen dann die gelben Astro Caps drauf, wo dann richtig viel rauskommt. Also jetzt mit ein bisschen Abstand im Gegensatz zu vorhin. Genau. Wir hatten ja ganz nah gesprüht, um die feinen Linien zu machen. Und jetzt wollen wir aber genau den gegenteiligen Effekt. Ah ja. Interessant. Und ich hatte vorher gesagt, ganz parallel. Aber weil wir diesen Effekt haben wollen, müssen wir jetzt ein bisschen schräger. Wollen wir mal? Ja, ich fang mit dem J an. Ich glaube, ich muss weiter weg. Du musst weiter weg noch, ne? So? Und am besten auch nicht punktuell, sondern während du diese Bewegung machst. Ja, ja, ja. Besser, oder? Merkste? Merkste? Ach ja, ganz wichtig. Nur weil wir in der offenen, gut durchlüfteten Halle sprayen, dürfen wir auf Masken verzichten. Es wird, es wird. Genau. Da kannst du sogar über die ganzen drei Buchstaben gehen. Genau. Genau. Wie so Haarspray. Um die Konturen der Buchstaben zu schärfen, wird jetzt mit den Pinseln korrigiert. Also diese Pinsel sind perfekt. Kannst du dir merken. Ja, die sind echt gut. Die sind super. Die habe ich aus dem Baumarkt. Ah ja. Jetzt sieht man nächstes Mal vom anderen Bild aus. Ja, ein bisschen. Aber da kommen ja noch die Sterne hin. Genau. Nimmst du vielleicht diesen Rotton? Ja, das sieht bestimmt cool aus. Ja. Merkste, was lustig ist? Das ist lustig. Kannst du ein bisschen tanzen. Tada. So. Genau. Nicht so viel auf einer Stelle, sondern super. Das ist doch sehr gut. Sehr gut. Immer schön die Striche. Und versuch noch näher an die Linie ranzukommen. Genau. Das war jetzt super. Und dann, wenn sowas läuft, nicht nochmal drauf, weil sonst läuft es noch mehr. Lass das mal an der Stelle trocknen und mach dann mal an einer anderen Stelle weiter. Und das passiert, wenn man oft auf einer Stelle lackt. Weißt du? Dann läuft der Lack einfach runter wie Regen. Den zweiten Seestern übernimmt Kiel selbst. So. Ja, so. Wir können vielleicht noch ein bisschen spitzer hier werden. Ein bisschen spitzer. Ja. Ist ganz schön schwer, oder? Ja. Langsam mit dem Finger auch. Mhm. Weißt du, was der Unterschied war, als du das gesprüht hast und das? Überleg mal kurz. Das Kett. Aha. Dafür. Sorry, ich wollte jetzt nicht fies sein. Aber auf die Weise hast du gemerkt, dass es total sinnvoll ist, die Ketts auszutauschen. Weil aus dem hier kommt einfach mehr raus. Und dann geht's auch einfach schneller. Drei Stunden arbeiten Kiel und Jasmin jetzt schon. Ich helfe ein bisschen mit. Achtung, Kopf reinziehen. Ich ziehe den mal vor und du füllst den nochmal aus. Das E bekommt jetzt ein Auge. Aber mach nicht, dass das runterläuft, weil sonst sieht es aus, als würde er weinen. Okay. Geh doch mal so ganz leicht hier drüber, bitte. Mit dem? Genau. So ganz, dass es nur so in der oberen Hälfte ein bisschen nebelt. Nur ganz leicht, ja. Das ist überhaupt näher dran. Nur, dass es im oberen Teil ist. Und was fehlt jetzt noch in der Mitte? Die Puppille. Ich glaube, ich ziehe jetzt auch schon mal hier was drum. Jein. Guck mal. Und hier unten noch? Hier? Ja. Und noch ein bisschen so über das Grauen. Bitte schön. Ja. Und du sprühst erstmal hier was drauf. Und solange das noch nicht getrocknet ist, kannst du nämlich mit dem Finger dann da drauf gehen. Und das ist einfach hier so ein bisschen seitlich. Also einen größeren Punkt, einen kleineren Punkt. Warte, ich sprüh nochmal drauf. Okay. Einen hier so? Mhm. Kannst ruhig noch größer. Noch größer gehen. Ja, ja, sehr gut. Und noch ein bisschen rechts davon. Und vielleicht hier noch einen. Und? Ja, das sieht echt, echt aus. Sieht gut aus, oder? Eigentlich kannst du das jetzt da oben selber machen. Wahnsinn, Jasmin gibt so einen genialen Workshop und Kjell setzt ihre Tipps ultra schnell um. Ein bisschen größer kann er noch. Jetzt bist du eigentlich fast fertig, oder? Ja. Wir werden nur noch die Blasen machen, noch ein paar Algen und noch so ein Gesicht in die drei Seestern. Und vielleicht noch ein bisschen Farbe für Schlagzeug und für den Fisch. Ja, das sind noch so ein paar Kleinigkeiten, aber dann ist es im Grunde fast perfekt, oder? Ja. Auf der Seite. Ich glaube, diese Größe ist gut. Damit die Luftblasen schön lebendig aussehen, machen wir nicht nur eine Größe, sondern gleich zwei verschiedene Größen. Cool. Ist sie hier. Also mehr Druck drauf geben. So. Schablone Nummer zwei. Und mach die aber nicht komplett dicht, sondern wir wollen das ja so, dass es ganz leicht aussieht wie eine Blase, sondern nur an der Seite. So. Und? Genau. Und wenn du noch weiter weg gehst, ist es noch leichter. Also noch, naja, noch mehr wie eine Luftblase. Und jetzt nur auf einer Seite und ein bisschen auf der anderen. Ganz leicht. Und ein bisschen mehr. Okay, dann guck mal. Wir nähern uns dem an, das wird immer leichter. Ja, das sieht echt aus. Noch eine da. Du kannst auch mehr auf der Pappe sprühen. Okay. Okay. Mhm. Wenn ich jetzt das leicht ansprühe, kannst du ja hier so links und rechts da die. Okay. Und noch eine da hin. Was soll ich sagen? Jasmin und Kiel sind längst ein perfektes Team geworden. Jetzt sieht es aus wie Sabba. Nee, ist doch gut. Aber jetzt kommt Kiels Meisterstück. Die Nirvana Bassdrum. Mach den Kreis nicht zu klein. Ich lasse es einfach offen. Dann kannst du es spicken. Ist gut. Also so, so. Absam? Ja. Und denk dran, wirklich ganz nah da dran, damit die Linie ganz fein wird. Also wirklich fast an die Wand. So. Jetzt wird es mal feiner. Ey, aber so, so gut. Oh, sehr gut. Oh. Der wird super. Der wird super. Kiel wird immer mutiger, lockerer. fast wie ein Profi-Sprayer. Also das, was mir am allerbesten an dir gefällt, ist, dass du so mutig bist. Und das einfach anpackst. Und eben nicht zu viel nachdenkst. Weil ich sehe es ja mit der Kunst so, dass das 90 Prozent Machen ist und 10 Prozent Gehirn. Also so, ich ist meine Interpretation. Also wirklich einfach machen. Und sich nicht davor scheuen, Fehler zu machen. Schön da rangehen. Zum Schluss wird das Bild noch getaggt, bekommt also noch die Zeichen der Sprayer. Das war's. Meins ist ein bisschen länger. Dann ist es soweit. Kiels erstes Graffiti-Werk ist fertig. Das ist einfach das Geile. Cool. Und am Anfang hat man nur so einfach den Buchstaben gesehen und gemacht. Und jetzt sieht es einfach krass aus. War ja gut. Als am Anfang nur diese blaue Wand da war und ich kannte nur eine Skizze, habe ich mir gedacht, boah, ich bin so gespannt, wie es aussieht. Ich auch. Und jetzt haben wir wirklich ein wunderschönes Graffiti hier. Was sagst du denn? Das ist einfach mega. Also das ist mega cool. Auch noch mit den Zeichen da, mit dem Text alles. Und auch noch mit den Nirvana-Zeichen. Und auch allein schon die Augen sind einfach mega und die Augen passen auch einfach. Also hätten wir eigentlich auch nicht besser machen können, oder? Ja. Ich freue mich sehr auf alle die großen Werke, die von dir noch entstehen werden. War mir eine sehr große Freude. Mir auch. Sehr schön. Konnten wir dir einen schönen großen Tag bereiten. Auf jeden Fall. Es ist einfach mega. Also es hat super Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall auch. Mit euch beiden war mega, mega cool. Und natürlich danke an euch zu Hause fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute mit Dein großer Tag. Und jetzt natürlich die Frage, wie gefällt euch das Werk von Kiel und Jasmin? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.